In Folge 12 von Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, ist Daniel Leuk zu Gast und wir sprechen über das Thema Anarchismus. Viele Menschen haben keine Ahnung, was das eigentlich ist und setzen das Wort im Prinzip mit Chaos gleich. Das sollte sich auf jeden Fall ändern und ein kleiner Beitrag dazu ist dieses Video hier zur Frage, was ist Anarchismus? Zu Beginn des Gesprächs, das ich mit Daniel Leuk geführt habe, stellt er zunächst mal fest, it's complicated. Unter dem Begriff Anarchismus werden so viele unterschiedliche Positionen zusammengefasst, dass es fast schon fragwürdig ist, ob man dafür eigentlich überhaupt denselben Begriff verwenden sollte. Aber es hilft vielleicht, beim Ursprung des Wortes anzusetzen, anarchier bedeutet Führerlosigkeit oder Nichtherrschaft. Und das, das schlägt dann auch schon eigentlich die Brücke zu einer der klassischen Definitionen des anarchistischen Theoretikers Proudhon und die lautet, Anarchismus ist Ordnung ohne Herrschaft. Das A, das bekannte Symbol des Anarchismus, lässt sich auch in dieser Richtung deuten, denn man kann auch sagen, dass das A des Anarchismus da in einem O der Ordnung steht und somit eigentlich diese Definition von Proudhon auch symbolisch wiedergibt. Es geht also mitnichten um einen Chaos, einen Kampf des Jeder gegen Jeden, sondern um ein gewaltfreies Ordnungsprinzip. Daniel Leuk pointiert das, indem er feststellt, dass der Anarchismus eine gelebte Praxis ist, eine politische Theorie, eine Lebensform, die darauf hinarbeitet, die Herrschaft des Menschen über den Menschen zu überwinden. Jetzt werdet ihr natürlich feststellen, okay, aber ab hier beginnen eigentlich die Probleme erst und damit habt ihr natürlich recht, denn was ist das Herrschaft? Wie definieren wir das und wie könnte eine Ordnung aussehen, die diese Herrschaft überwunden hat und wie kommen wir dahin? Auf diese Fragen haben die Anarchistinnen sehr unterschiedliche Antworten und leider sprengt das dieses Video hier auf die verschiedenen Formen und Antworten einzugehen. Aber ich möchte euch doch noch zwei wichtige Strömungen, eigentlich diese Wegschneise des Anarchismus am Anfang noch mit auf den Weg geben. Auf der einen Seite, da steht der individualistische, libertäre, liberal orientierte Anarchismus. Auf der anderen Seite der mutualistische, der kollektivistische, der kommunistisch orientierte Anarchismus. Ich fand es sehr wichtig und wirklich auch sehr schön, wie Daniel Leug dann im Interview diese beiden Hauptströmungen auch so erklärt, dass ihnen eigentlich sehr unterschiedliche Freiheitsbegriffe zugrunde liegen. Auf der einen Seite eben ein sehr individualistisch bedachter Begriff der Freiheit, auf der anderen Seite ein sozialer Begriff der Freiheit. Das heißt, eine Freiheit, die sich versteht als eine Freiheit zur Gemeinschaft, zur Sozialität. Mehr zum Thema Anarchismus findet ihr auf www.futurehistories.today in Folge 12 mit Daniel Leug. Bis dahin, ich freue mich.